Alles sieht ruhig aus hier am Dagochi in Taipei, etwa einen Kilometer von der Daho Park MRT Station. Doch dieser Baum hat ein dunkles Geheimnis, dem wir bei RTI auf die Spur gekommen sind. Seit Ende Juni, Anfang Juli hat sich diese Himalaya Esche zu einem geheimen Sextreff entwickelt. Manche kommen geflogen, manche kommen zu Fuß, wahrscheinlich je nach Budget. Doch alle kommen wegen des einen. Tatsächlich ist Paarungszeit bei den japanischen Nashornkäfern und sie lieben es, sich auf Himalaya Eschen zu treffen. Dabei ist Zuschauen wohl okay, doch mitmachen ist nicht erwünscht. Ups, da hätte er vielleicht doch einem Dreier zulassen sollen, anstatt selbst vom Baum gestoßen zu werden. Die Hörner der Männchen sind eine geeignete Waffe, doch manchmal scheinen die Tierchen auch einfach zu ringen. Hier geht es auch hart her, doch der Ausgang ist weniger deutlich. Erstaunlicherweise überleben die Nashornkäfer derartige Stürze, aber benommen sehen diese beiden Kandidaten nach dem Sturz doch aus. Wer übrigens von vielen Sex und Kämpfen Hunger bekommen hat, dem bietet die Himalaya Esche gleich ein überall zugängliches Buffet. Allerdings werden auch andere Tiere angelockt, was aber auch nicht immer gern gesehen wird. Yilong Huang, Radio Taiwan International. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020